Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch alle zusammen und herzlich willkommen bei Michael Smolik. Heute zeige ich euch meine Morgenroutine und zwar speziell vor einem Kampf. Und wir starten vor dem Schlafzimmer. Let's go. Das allererste, direkt nach dem Aufstehen, ist das Backmachen. Das würde ich jedem ans Herz legen. Das dauert 10-20 Sekunden und es hat so eine große Wirkung. Ich habe mich ja am Anfang auch immer dagegen gewehrt, das brauche ich nicht. Aber ihr fühlt euch viel viel besser. Egal wie scheiße der Tag läuft. Egal wie schlecht oder gut er war, am Ende des Tages habt ihr ganz am Anfang schon nach dem Aufstehen eine kleine Aufgabe gelöst und ihr werdet merken, das tut eurem Körper und eurem Geist vor allem sehr, sehr gut. Normalerweise mache ich meine Haare am Tag des Kampfes nicht, einfach weil man nicht Wachs in den Haaren haben darf, während man kämpft beim MMA-Kampf. Das wusste ich selbst nicht, bevor ich MMA angefangen habe. Aber für euch, für das Video, mache ich mich schick und dann setzen wir uns gleich nach an den Tisch und dann erzähle ich euch, was ich noch so mache. Sehr, sehr wichtig ist für mich der Abend vor dem Kampftag. Am Abend vor dem Kampftag habe ich so einen kleinen Tick. Ich räume immer die ganze Bude auf. Ich mache alles sauber, ich räume meines auf. Ich weiß nicht warum, es beruhigt mich einfach. Für mich ist das sehr, sehr wichtig. Und dann bleibe ich bis 1, 2 Uhr nachts wach und schlafe tatsächlich auch mindestens 10 Stunden. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, lang zu schlafen, weil ich auch meistens abends oder nachts kämpfe. Der Morgen ist mindestens genauso wichtig wie der Abend davor. Ich ziehe eigentlich meine gewöhnliche Routine durch mit ein paar zusätzlichen Facts. Wenn euch die allgemeine Routine interessiert, könnt ihr auch gerne runterkommentieren, was ich sonst so in meiner Trainingspause mache oder in der Vorbereitung. Aber wirklich am Kampftag habe ich noch so ein paar spezielle Sachen für euch. Direkt nach dem Aufstehen und das Bett gemacht habe ich euch bereits erklärt und danach ballere ich gleich mal 20 bis 30 Liegestütze. Warum? Einfach, ich fühle mich dadurch besser. Ich will meine Muskeln nicht aufpumpen oder übersäuern, sondern weil ich nach dem Aufstehen gleich meinen Körper auf Temperatur bringen möchte und der Körper weiß, er hat schon ein bisschen was erledigt. Er hat schon eine Aufgabe erledigt, genauso wie das Bett gemacht und jetzt auch noch eine körperliche anstrengende Aufgabe. Und dadurch kommt man so ein bisschen in Schwung, finde ich. Danach trinke ich gleich in der Regel entweder ein Glas Wasser oder ich aus der Flasche, weil, ihr müsst überlegen, acht bis zehn Stunden hat der Körper kein Wasser bekommen, keine Flüssigkeit. Man hat natürlich in der Nacht nichts getrunken in der Regel und deswegen mache ich das immer ganz gerne. Dadurch fühle ich mich besser und dann geht es auch gleich anschließend in die Dusche. Die Dusche ist für mich am Morgen sehr wichtig, vor allem muss die eiskalt sein. Ich dusche mich erst ganz normal lauwarm ab und dann gegen Ende, so die letzten drei bis fünf Minuten wirklich eiskalt. A werde ich dadurch aufgeweckter sein. B fühle ich mich dadurch noch mal besser. Ob ich jetzt vor dem Training bin oder vor dem Wettkampf bin oder ganz normalen Arbeitstag habe oder auch einen freien Tag, die kalte Dusche ist ein fester Bestandteil für mich. Versucht es einfach mal aus. Jeder, der sich darüber scheut oder sagt, ich habe da keinen Bock drauf, kalte Dusche, macht es einfach. Vor allem, wenn ihr morgens nicht richtig aus dem Bett kommt, danach seid ihr wach. Hundertprozentig. Und dieses lauwarme, warme, gemütliche, ist okay, könnt ihr nach dem Training machen. Aber nach dem Aufstehen glaubt mir und versucht es einfach. Direkt danach gehe ich in die Küche und bereite mir ein Whey Shake vor. Die Frage kommt auch sehr, sehr oft, wenn man sich Whey-Evice zuführen soll. Für mich direkt nach dem Aufstehen sehr, sehr sinnvoll und vor allem auch direkt nach dem Training. Warum nach dem Aufstehen? In der Nacht fällt man in einen katabolen Zustand und versucht einfach, dadurch seine Muskeln zu versorgen. Ich persönlich fühle mich dadurch auch einfach besser und sicherer und habe ein besseres Gefühl und denke mir so, ja, meine Muskeln kriegen jetzt Kraft und das ist so ein bisschen Treibstoff. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, für mich vor dem Wettkampf sehr, sehr wichtig. Aber das gehört auch zu meiner allgemeinen, normalen Routine. Danach bereite ich mir mein Frühstück vor. Mein Frühstück ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich mache mir einen Tee. Ich bin tatsächlich zum Teetrinker geworden. In der Zeit, wo wir alle nur zu Hause sitzen mussten, habe ich angefangen, morgens immer Tee zu trinken, teilweise sogar abends. Und ich fühle mich dadurch wirklich sehr, sehr gut. Ich trinke keinen Kaffee. Grundsätzlich trinke ich nie Kaffee, sondern immer nur Tee. Und das ist meistens Kräutertee, grüner Tee oder sowas. Ist grundsätzlich auch sehr, sehr gut für den Sport. Man fühlt sich dadurch besser. Ist natürlich auch gesund und macht mir dann auch immer noch, wie hier, Haferflocken oder Porridge. Das ist so das Feiter Frühstück schlechthin. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt auf Netflix, Kingdom. Da machen die Kämpfer auch jedes Mal Porridge und Haferflocken. Und ich habe es gar nicht von der Serie. Ich mache das selber immer. Dazu kommt dann immer noch so ein bisschen Geschmackspulver, weil sonst schmeckt es einfach nach nichts. Und vor allem Mandelmilch. Ich trinke keine normalen Milch mehr, keine Milchprodukte. Ich versuche das zu vermeiden. Seitdem fühle ich mich auch viel, viel besser. Ich habe auch so eine leichte Unverträglichkeit diesbezüglich. Was das betrifft, da können wir nochmal separat ein Video machen, was ich umgestellt habe, was dadurch besser geworden ist bei mir. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Das würde den Rahmen hier sprengen. Haferflocken, Geschmackspulver und Mandel oder Hafermilch. Ist ein fester Bestandteil. Danach setze ich mich gemütlich auf die Couch und gucke mir in der Regel Fights von einem Gegner an. Ich habe die ja in der Vorbereitung schon immer wieder angeguckt. Ich gehe nochmal die letzten Dinge durch. Was möchte ich gegen den Gegner einsetzen? Welche Taktik, welchen Gameplan habe ich gegen diesen Gegner? Was macht er falsch? Was macht er gut? Und analysiere das so ein bisschen, aber in Ruhe. Ich mache mir da keinen Stress. Ich trinke nebenbei meinen Tee. Ich gucke mir das Ganze an und versuche das einfach alles zu verinnerlichen. Für mich ist ganz, ganz wichtig, am Morgen vor dem Kampf, dass ich keinen Stress habe. Also ich versuche mir wirklich immer viel Zeit zu lassen, alles in Ruhe zu machen. Wenn man in Stress gerät, dann ist man irgendwie den ganzen Tag im Stress. Das gilt auch grundsätzlich allgemein, wenn man irgendwie den Tag startet. Ich finde, man hat dann einfach ein viel, viel besseres Gefühl. Und so beende ich dann auch mein Essen, die Videoanalyse und gehe dann rüber zur Faszienrolle. Das ist auch ein Geheimtipp von mir und locker so ein bisschen meine Muskeln, locker meine Oberschenkel vor allem, meine Beine, dass die nicht schwer sind während dem Kampf, dass ich keine Betonfüße habe. Jeder, der irgendwie schon mal gekämpft hat und das Gefühl kennt, das ist Horror. Also wenn man sich auf einmal nicht mehr von der Stelle bewegen kann. Das verhindert das Ganze so ein bisschen und beugt eben auch vor. Da nehme ich mir auch mal sehr, sehr viel Zeit. Wollen durch den ganzen Körper durch. Dehne ich dann auch noch jede Stelle des Körpers, die Schulter, den Nacken, die Beine. Und am Morgen kann man ruhig auch ein statisches Dehnen machen. Das heißt, ein Dehnen, wo man lange die Dehnung anhält. Dynamisches Dehnen ist eher vor dem Kampf. Das heißt, schnelle Bewegungen, immer mal wieder bewegen, hin und her. Statisches Dehnen vorm Kampf, vorm Training würde ich nicht empfehlen. Aber am Morgen oder so, wenn man noch wirklich viel, viel Zeit hat, mache ich das super, super gerne. Das entspannte Körper. Man bringt sich schon so wirklich auf Hochtouren. Ihr merkt, ich stehe auf, mache Liegestütze. Ich bringe meinen Körper schon richtig so in den Mode. So richtig, hey, heute ist Fight Day. Heute werde ich jemanden zerstören. Nachdem ich das alles gemacht habe, bewege ich mich auch noch mal, mache ein bisschen Schattenboxen, ein paar Kicks, gehe im Kopf auch noch mal die Visualisierung durch. Der Gegner kommt. Ich stelle mir wirklich auch vor. Also der Gegner kommt, schlägt hier, ich block da, tauche ab, hole den Shoot, hole den Take Down, mache die Defense. Also ich gehe das alles im Kopf durch und bewege mich dabei. Das gibt mir ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ein besseres Gefühl noch für den Fight. Und stellt euch ruhig die Kampffläche vor. Wenn ihr irgendwie Karate kämpft, die Matten von eurem Karate-Kampfsport, Taekwondo genau das Gleiche, Judo, Boxen im Ring oder eben MMA im Cage. Stellt euch die Situation vor. Stellt euch vor, wo kämpft ihr ganz genau und versetzt euch in diese Lage. Guckt nicht aus der dritten Person auf euch, wenn ihr die Augen schließt, sondern versucht aus eurem Körper rauszuschauen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aus der Ego-Perspektive. Wenn ihr visualisiert, macht das aus der Ego-Perspektive. Das ist sehr, sehr wichtig, weil so seid ihr wirklich sehr, sehr im Vorteil gegenüber euren Gegnern. Sehr viele Leute belächeln das und finden das lustig und denken, das ist Quatsch. Aber glaubt mir einfach, ich mache das seit Jahren jetzt schon und ich bin der Meinung, dass ich einer der wenigen Kämpfer in Deutschland bin. Korrigiert mich, wenn es falsch ist oder vielleicht kann auch der ein oder ein Kampfsportler darunter kommentieren, wer das auch macht. Ich glaube, das wird viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in der Vorbereitung. Ernährung, Training, körperliches, mentales und halt dann eben diese Meditation. Also das spielt alles eine Rolle, das ist alles ein Kreis und wenn der nicht gefüllt ist, dann bricht halt alles zusammen. Das ist meine Meinung dazu. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu auch äußern. Danach packe ich meine Tasche für den Kampf. Da kommen die wichtigsten Sachen natürlich rein. Tiefschutz, Mundschutz, Handtücher, Wasser, whatever, alles was ich brauche. Ich brauche mir da auch keine Liste machen. Ich bin schon so lange in dem Game, ich weiß ganz genau, was muss da rein. Wenn ihr eher der vergessliche Typ seid, macht euch eine Liste oder macht es am Vorabend. Also das ist immer situationsbedingt. Ich bin halt einfach so, ich brauche das an dem Tag, packe das alles in Ruhe und gehe dann zu meinem, ich nenne es jetzt mal Altar, das klingt jetzt komisch, aber gehe da halt hin und hole meine Kreuzkette. Das ist eine Kette, die mein Vater mir geschenkt hat. Und die trage ich tatsächlich nur viermal, fünfmal im Jahr. Also so oft ich auch kämpfe und ziehe die nur am Kampftag an. Das ist so ein symbolischer Wert für mich, der mir irgendwie viel Kraft gibt. Also meine Familie ist ja sehr gläubig. Ich bin auch sehr gläubig. Ich glaube an Gott, bin christlich. Mir gibt das einfach Kraft. Wenn ich mich dann aufwärme in der Halle, dann ziehe ich die Kette ab. Danach kommt tatsächlich wieder etwas sehr Symbolisches. Das mag jetzt für den einen oder anderen sehr cringe klingen, aber ich habe von meinem Vater ein Samurai-Schwert geschenkt bekommen. Und ich bin ja eh der Typ, der sehr, sehr viel Wert auf den Geist auch gibt im Kampfsport. Und für mich hat das eine riesengroße Bedeutung. Und ich schaue mir dieses Schwert auch immer vor dem Fight nochmal an. Ich fahre das raus, gucke es mir an und stecke es auch wieder rein. Das ist ein Ding von vielleicht einer Minute. Aber irgendwie, das klingt jetzt voll komisch, Mann. Ich lasse so den Geist raus und hole ihn wieder zu mir. Hängt irgendwie, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich damit meine. Also ich will jetzt nicht irgendwie cringe- oder hokus-pokus-mäßig rüberkommen. Das ist einfach für mich ein Ding, was mir irgendwie sehr, sehr viel Kraft gibt. Gerade auch wieder für meinen Vater, der mich auch, wie ich bereits gesagt habe, als Kind trainiert hat und mir das sehr, sehr viel Kraft gibt für den Fight. Und danach war es das eigentlich. Dann setze ich mich nur noch an einen ruhigen Ort, mache die Augen zu, meditiere zehn Minuten, wirklich versuche runterzukommen, versuche an gar nichts zu denken oder man sagt auch an das dritte Auge zu denken und konzentriere mich darauf, konzentriere mich auf den Kampf. Und dann geht es am Abend zum Fight und dann wird der Gegner rasiert. Also das sind so die Dinge, die ich immer mache vor dem Kampf. Das ist grundsätzlich der Gameplan am Morgen. Und das war es dann auch mit dem Video. Wenn ich den ein oder anderen inspiriert habe, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Lasst mir gerne eine DM zukommen oder auch runter in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr mehr dazu sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann auch in den nächsten Videos. Das war euer Michael Smurik. Haut rein. Macht's gut.